gehört geprüft tolle versteinerung original größe größe einer kuh der kopf mit dem unterkiefer schön schön sichtbar das hinterteil den schwanz sieht man auch toll also nur mit solchen beispielen sollte es eigentlich jeder begreifen selbst hier sieht man wunderbar die kopfpartie zu simpeln beispielen sollte es jeder begreifen was versteinerungen eigentlich sind ehemals lebende tiere und hier ist ein versteinerung die halt liegt und so versteinert es